weiter geht es bei super mario odyssey stehen geblieben bei der aufgabe mit den ganzen siegen so 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 Das können wir mal machen. Dann werden wir uns jetzt mal hier umkümmern. Jetzt verkaufen wir den Weg. Das ist ein Wuppe für den Weg. Zu dem Weg ist das Problem. Oh, okay, das ist wahr. Dann sind wir noch bei Ihnen hierzu. Ich bin gut, dass Sie da nicht aufgerufen wollen werden können. Ich bin jedenfalls ein Wuppe für den Weg ist es ein Wuppe für den Weg bei uns. Okay. Kann ich ein bisschen da sein? Hm, das muss ich mal anders gehen. Okay. 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 Ah gut... So... Ich muss jetzt mal aufmachen... Und, her mit denen! Bis zum nächsten Mal! Dann geht's weiter... ...mit dem Boss... Das stimmt ja, ich muss ja auch um das zu schlafen Jetzt wird er abgebrochen Im nächsten Tag Bis dann, tschau